Epic Lane Day Ich bin der liebe Epic Lane Day Etosche Lane Day bei Epic Lane Day 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 is funny Hallooo Heio Willkörst du in die weiteren Folgen Wolf! Hier Lushies! Cube Wolf Kugelwürfel Hallo Ivan Hallo Ivan Mach mir Heiltränke Haha Heiltränke Mach mir Heiltränke Kevin was wird das? Luki, du hast da 1% weniger Leben Haha So, los Kevin Ich habe am meisten Leben 360 Oh Ja, der Warrior Also ne... Ja Ich muss mich hier Level 3 leveln Warte noch nicht Kevin, noch nicht Kevin, noch nicht Kevin, noch nicht Warte, komm mal Wuh! Da, warte mal auf die anderen Ja, ich sammle nur meine Büschen hier Mein Büschen das noch für'n Ranger, woher aus Hier, wo bist du? Naut Beatles Ja, hier um ist es Naut Beatles Hier um ist es Naut Beatles Genau, hier ist eine ganze Naut Beatles Naut Beatles Ah, uh, No, no no, 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 no enziell, no, 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 no no, 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 no die Wurzeln bei den Spassel und mann noch ein paar Wiener dass wir diese Munde haben der Verhältnissen und er hat sich noch ein paar Wiener ein bisschen und wo auch die Dosten also nix man hier schon ins Leben Ich bin doch Magier, ich kann mich doch später teleportieren. Oh geil, freu ich mich schon mal. Nee, weißt du, du kannst nicht zurück teleportieren. Es gibt ja auch in der Welt Teleporter, ne? Versteckt. Ja, wir können später mal teleportieren. Ja, hab ich auch mal gefunden. Das hätte mich voll gewundert. Ich hatte 3 oder so, aber die findest du richtig selten. Sind die nur in dunklen Weltenlein? Nein, die sind überall. Einmal einander in dunklen Weltenlein? Ich in einer... Ich in einer... Wir müssen aber in der Space alles von dem Spiel zeigen, ne? Alles. Das Nobos. Warte, 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 ich hab hier grad was aufgenommen aus Versehen. 1, 2, 3, 4... Ey, ich bekämpfe jetzt ganz allein weiter. Wer ist Warrior? Wer ist Warrior? Ich. Wo bist'n du? Hier hinten. Oh, Bumblebee. Könnt ihr mal mir helfen? Weil hier ist ein Biter. Und der ist nicht gerade so. Ja, renn zu uns ein bisschen hier. Greif mal den Bande gerne, bitte den. Hier. Biter. 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 Ach, jetzt ist der nur noch ganz. Ich hab' den Biter. Okay, Bumblebee ist ehrlich OP. Okay, was ist für Warrior? Was ist für Warrior? Äh, das ist gut. Übelst geil. Ich hab' den Ziel kaputt. Übelst geil. Ich hab' den Ziel kaputt. Weil ich mir keinen jeden Gegner zu schlafen. Oh, da ist Wölfe oder was? Ivan, nimm noch deine Teile hier auf. Ivan, gehalt. Ja, Ivan, du brauchst diese Koffe. Wie stark sind die? Oh, da ist ein Wolf. Das ist ein Wolf. Das ist ein Wolf. Das ist ein Wolf. Den schaffen wir. Oh ja, den schaffen wir. Das sind Wölfe. Wo sind die? Wo sind die? Ey, ihr Wichser. Ich bin Level 4. Ich will Schicken. Das ist Minecraft. Mikrofon auf dem Weg. Ich will Schicken. Ich will Schicken. Das ist Minecraft. Mikrofon auf dem Weg. Ich will Schicksal. Denkt dran. Man kann fast alle Tiere die es gibt. Die Meisen. Hibt ihr diese South Park Folge. Nein, nein. Kannst du mich mal heile? Wo bist du denn? Ihr ist eine Cat! Da, so. Ey da oben sind böse. Schwiert ihr's euch zu heilen wenn manchmal einer, 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 einer. Hier oben sind zwei Bütte. Wir sagen keiner aus. Hier, Sache für einen Ranger. Liegt hier rum. Ja Mann. Wo? Ja man, geil. Er wird von auf Stolz. Ich, ich, ich. Und Bogenschütze auch. Bogenschütze, also Loki auch und Kevin auch. Da sind die Beatles. Da sind die Beatles, da war Küche. Die sind groß. Kommt mal her, ein nur, ein nur. Die sind richtig schwierig. Die machen sauflich Schaden. Eigentlich ja, aber wir sind ja fünf Leute. Ich bin so gut wie tot, Alter. Wer hat diesen Orange Cheese? Ich bin gut. Wer hat diesen Mango Cheese? Warte noch nicht. Egal, es wird nicht. Leute, ich glaube mit Mango Cheese kann man zählen. Okay, wir können fernverfahren. Die können wir locker. Ach, scheiß dieses Notebeat ist so groß. Ja, danke. Ja, die sind alle rot. Schaff' mir nicht. Ich hab' einen, ich hab' einen. Hilfe, Hilfe. Ey, wo kriegt man Glasflaschen her? Scheiße. Musst ihr kaufen. Sie sind zu stark nach für uns. Ja, musst du einen Shop kaufen. Deswegen für euch, ihr könnt ihr Healtranke gebrauchen. Welcher Healtranke? Der eine hat nur noch zur Hälfte Leben. Der eine Snoutbeetle. Kevin, warte, ich komme. Ja, schnell. Na ja, doch. Sind das gut, oder? Und... Diesen... Alter, das ist ein Knie still. Das ist so ein Schlösser. Schlösser sind geil. Ey, hier ist ein anderer Elfenspieler. Mit dem können wir vielleicht die Snoutbeetle schaffen. Was? Schau mal hier hoch zu mir, wo ich bin. Hab' ich jetzt auch noch mitgekommen? Komm, hier hinterm Berg, hinterm Berg, hinterm Berg, hinterm Berg. Ey, hier ist ein Elfkacker. Hilfe! Der eine greift schon jetzt an. Nein, 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 ich muss mich halten. Oh mein Gott. Ich bin wieder gestorben. Wo seid ihr? Oh mein Gott. Ich hau ab. Ich hau ab. Da seid ihr. Die... Junge! Die sind zu stark. Was ist denn nun, muss ich seine Harte rum? Ey, das ist ja wirklich ein Kessel. Mhm. Komm, wir gehen einfach grad zum Schwert, ey. Nee. Ja, ist das nicht das Kessel, das so ein grosses Schwert ist. Ja, Mann, ich hab so'n Stein gefunden. Ja, doch. Oh mein Gott, hier hat so'n... Hier hat so'n... Hier hat so'n Zwerg grad'n Kaninchen oder sowas getötet. Dann... Ey, da unten sind wir... Killteamer! Warte, ich komme, dann lock die zu mir. Alle tot. Ja... Du bist ja ohne mich. Du Wichse bist ja eh schnell. Jetzt hab' ich erst gesehen, dass ihr oben... Ihr seid ja voll in einer Medizin. Alter, Lenny, du darfst nicht so'n viel Level, wir kommen nicht hinterher. Weil diese Kürbringer allein schon... Ja, ihr habt doch quasi Mädels getötet, oder nicht? Nee, eben halt nicht. Boah, jetzt gibt's Schläge, Dylan. Ja, jetzt gibt's wirklich Schläge. Ich hab' 97 von... ...140 EP bis jetzt. Steht ihr schon aus Kürze? Ja, ich steh' davor. Ja, was ist das Kürze? Oh, geil, ich seh's. Was heißt hier? Ja, wir sind sonst schon wieder so weit vorne. Die grünen Blumen kannst du dann nehmen, das grüne Zeug daraus... Hier sind's gleich, ne? Und wir brauchen Strubs hier, diese Korbe... ...diese... ...Spinnnetze. Also ich hab' bisher... Hey, die sammle ich ganz nett für euch. Siehste, die sammeln auch für uns. Und wenn wir diese grünen Plans haben... Hier, ich habe... Ich habe... Ah! Plans hat Gart. Insect Gart. Die schaffen wir, den schaffen wir. Den schaffen wir, den Insect Gart. Hier. Warte, ihr war noch nicht angreifend, noch nicht angreifend, noch nicht. Merkt euch die oder Seife waschen, auf welcher Seite der Eingang ist. Nee, nee, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Wir haben auch zwölf rote Blumen. Jetzt können wir ihn aber angreifen. Oh, jetzt ist er auf mich. Übrigens auch für XP. So, noch 19 Stück, dann bin ich wie ein Leveler. Bist du vom Eingang? Wie? 19, ich brauche noch... Ja. Warte, ich wende da zum Eingang. Ich brauche noch 70... Ich brauche noch 31 Ebenen. Hier, ist der Boss. Wenn den Eingang kippt, vergesst nicht, euch die Seite zu nacken. Der Eingang ist auf der... woadant. Ichorsele rein. Hier, hier, hier. Oaff, hier. Off Szt. Hilfe. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Sie kommt direkt raus zu mir. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Und audience, wie man sich an einem Fenster reinwagen kann. Ich weiß nicht mehr, wie das einvelte klappt, aber... Er muss einzeln drücken am Fenster, aber es funktioniert nicht immer. Wir brauchen aber die Teleportation, weil... ja. Das verlust dich da, Buck. Sonst ist das ja hilfreich. Okay, zum Eingang, ne? Wartet, wartet, bleib mal drosten, bleib mal drosten. Ich hab' das auch nicht vorhin. Ich muss jetzt für die Kühe. Nee, 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 darf die nicht töten. Nee, 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 du bist schon so hoch. Ist doch egal. Nein, das ist voll ich. Ich hab' die Kühe. Alter, du wärst ja der coole Lemmy-Klein. Nee, nee, warte, mach' dich doch nicht. Schügt mal, warte. Warte, ich hab' ein paar Sachen. Wo ist denn meine? Klappen ab? Warte, hier. Ich mach' Hälfte, Hälfte. Warte, hier, dir geb' ich. Billen, komm mal hier jetzt zu mir. Ach, da bist du. Das ist die zweite. Eins, zwei. Wo ist Kevin? Kevin, hier. Kevin, der sieht Sachen aus, um dir später kleiner zu machen. Kevin. Wo ist sie noch? Okay, da bist du. 1, 2, 3. Was braucht ihr noch? Wir brauchen, ähm... Wer braucht Cotton? Ich. Ich, Ivan. Ihr, Ivan. Warte, ich hab' einen Type-Fiber für Luki. Warte, ich... Ich geh' hier... Hier, Luki, einen für dich. You are protected by a Magic-Tier with your words damaged. Stop, Ivan. I will nur schauen, ob alles noch da drinnen ist. So. Okay. Los. Oga-Apa. Oh, das ist ein weißer, wie er genauer ist. Oh, direkt geschafft. Mach die Lampen, meine. Alle die Lampen anmachen. Alle die Lampen anmachen. Ich brauche Heilung. Wer braucht Cotton, Jan? Alle die Lampen anmachen. Oh, ne, warte, das brauche ich. Welche? Wir haben erst geheilt. 1, 2, 3, 4. Du musst kämpfen. Doch, lass die Barrier und, äh, lass Nake verfahren. Ich bin schon. Und dann lass von. Immer erst auf die Hinteren. Auf die Fernkämpfer. Ja, genau. Ich hab' die Stühle. Oh, einfach jeden Tag. Die zweite ist voll praktisch, aber auch wieder eine Zeit lang kam es schein. Okay, guck mal, habt ihr Sachen für... Was habt ihr für Sachen aufgesammelt? Wir wurden mehrere Sachen aufgesammelt. Ich hab hier gar nichts. Ranger. Oh, was ist denn? Oh, was ist denn? Da kommt einer! Hier, Ringer. Was kam da raus? Gar nichts. Hier, Flasche. Klar, man. Leute, wir schauen am Schluss was. Da, warte, warte. Ja, okay, lass uns am Schluss gucken, okay? Ja, weil es ist. Ich hab was für ein Rogue, ich hab was für ein Rogue. Okay, am Schluss, okay, du. Ja, genau, komm, wir lieber. Das brauch ich, das, ja. Oh, nee, das Leinenjahn. Wir brauchten Leinenjahn, ja. Äh, da ist ein Ruger, ne? Pass auf, dass du nicht der Ruger bist. Ich geh auf den Match, ne? Oh, der ist Lernacht, in der Niederlage. Ja, da muss ich jetzt einmal einen angeblendet werden, wenn du nicht ins Krieg bekommst bist. Äh, ich geh auf den Match, ne? Äh, ich seh den Boss. Rang, wie siehst den Boss? Ranger. Rang, hilfreich für mich. Hier, wo ich stehe, da. Jung, wie siehst der Boss? Ja, noch nicht der Boss, zuerst mal alle anderen. Warte, lass mal hier ganz kurz gucken, was ist das hier. Ja, lass mal hier alles gucken, warte. Ich brauch Heilung. Ja, genau. Ich hab was für einen Ranger gefunden. Hier, Rouge. Hier, Ranger. Ich hab was für einen Warrior. Warrior. Ranger, Ranger, ich hab was für dich. Hier, Baby, bin ich. Ja, Mann, geil. Ich war mit seinem Froschgesicht, ich liebe dieses Lächeln, das da raufzaubert. So, hier ist noch. Ja, schön. Da, wartet, wartet. Wo ist ich? Wie viel Power ich habe? Ach, zehn. Links. Ich hab zehn. Jeder hat zehn, der da ist. Stillen ist voll schlecht. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Kurz, erst mal, ja. So, nicht, nicht so reinschießen, dass die erstmal sont. Voll ist so,аешь? Nicht angreifen, drainage. Nicht angreifen. Jetzt geht's los. Oh, 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 oh. Ab die Idee war, dieattform Democrat, ehrlich gesagt, das sei dich fertig. Ja, genau. So, eins. Warte, hast du um eine Heilung? Nein. Ja. Eins. Da ist er. Okay. O hacerlo. Hör zulegen. Dasung, der Тatsch zogen werden. Ja, klar. Das ist ein Ranger. Ja, das ist ein Warrior. Ja, das weiß. Das ist ein Warrior. Das sind dann wieder Sachen für mich Ja dann will das Sachen für mich Das müssen wir bei den Rutsch Hallo wo rennt die? Pass auf nicht in die Stacheln gehen Oh mein Gott ich wär fast gestorben alter 7 OP Ich steh mal ein bisschen Ihr sollst nicht die ganze Zeit wegrennen Ihr müsst die ganze Zeit rauskriegen Du kannst nicht die ganze Zeit rauskriegen Ich bin der Hals Nee ich will dich nicht ich sterb gleich hier Nimm den Heilsrang Wo ist einer der noch? Hier Ivan Ok Ihr heilt sich hier heilt sich hier heilt sich Ihr ist so ein Arsch Oh Gott Ich Was kann da raus? Okay warte Stopp Hier ich werf jetzt Sachen raus Mage Dann hab ich ne Waffe für mich gefunden Und Mage Mage Warte was Ja gib Kevin auch was Kevin nimm du das Ich hab nur eine Sache für Mage Hast du was bekommen für ihr? Geh mal da drauf Halt mal hier drauf Und guck links ist das was ich Und rechts ist die Wenn die rechts die Zahlen höher sind Dann nimm das was rechts ist Ja ok 5 9 ist auf jeden Fall mehr Ja dann nimm dir das weil ich hab ja auch schon Schuhe und sowas Ok komm lass mal ne Stadt oder so Ich hab mir mehr größtet als du das seh ich Hier Aber es soll nicht alles hunddampfen Hey wie kann man denn durch so ein Fenster raus? Ähm ich glaub du kannst das nicht Aber wir Mages können das später mit teleportieren Das ist fack und Ivan glaub ich auch mit der 1-Attacke Weil er muss das auch Oh hier ist noch ganz viele Ganz viele Ganz viele Ganz viele Ganz viele Ganz viele Ich bin grad gestorben Ich bin grad auf dem Weg Ich bin grad gestorben Ich bin grad auf dem Weg Ich sterbe auch hier gedacht ne Ich sterbe auch hier gedacht ne Und dran weg Da ist ne Bombe Ja dann Seher Bro Weiß ich war irgendwie irgendwie so ein mega lac Ich hab voll viel Schaden auf einmal bekommen alter Ich bin und irgendwo hin gelaufen, weil alle rennen auf einmal normal Die greifen ja eigentlich an bei mir Okay Warte mal hier draußen auf den Warte, hier ist eine Waffe, Warrior Wartet auf den Aber wir warten draußen auf den Rang Warte, wir gehen rein Ich weiß nicht, wo der Ausgang des Leute Ich weiß nicht, wo der Ausgang des Leute Ich würde jetzt sagen, zu Nordosten, weil dort ist das nächste kommt Ja, lass auf den warten Also wo sind wir? Oh, den sind schon 11 friends Oder wir gehen aus dem Land raus Ja, richtig dumm Ich wär lieber dafür, dass wir aus dem Land raus gehen Ich hab zwei Platinum-Coin, was ist das? Damit kannst du ein Waffen upgrade Ich bin grad mal bei vier und zwölf EP hab ich Hä, wann bekommt man die denn immer? Ja, wenn man Bons für Sieg, wie eben grad Geil, egal Lass denn, zeigt mir gleich mal, wie das alles funktioniert Maler, schön Ja, was soll ich jetzt sagen? Das alles funktioniert Mit den Waffen upgrade'n? Ja, ja, wie kann ich... Aber die Waffen upgrade'n, das kostet richtig viele Platinum-Coin's Ja, das sollst du wirklich viel Das ist so gut wie auch möglich irgendwie da durch eine Waffe abzugreifen Ja, eigentlich brauchst du die Waffen Junge, wie kann ich Heiltrinken herstellen? Das kann ich noch gar nicht Das muss am Lager Nee, du brauchst erstmal Glasflaschen Du brauchst selbst eine Glasflaschen Du musst sie ins Wasser stellen Du musst sie mit Wasser füllen Du musst sie mit Wasser füllen Du musst sie mit Wasser füllen Mit Wasser füllen Ich hab keine Glasflaschen Dann muss diese Haare Ja, aber eine normale Flasche Du musst sie mit Wasser füllen Obwohl ich kann diesen Maschungs-Peteil herstellen Da gibt's bloß 241 Äh... Da ist Ja, hier geht mir die Ich hab' immer die Die ziehen wir hier grad in der nächsten Lagerfeuer Was insgesamt Ja, die picky Äh Tralala Trala 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 Klala Trala 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 Jungen, warum macht das so Bock, wenn wir so viele sind, Alter? Früher hat's gar keinen Bock gemacht, ey. Das ist geil, ne? Deswegen hab ich nicht mehr so weit ausgedrückt. Also, ich mach mir jetzt Essen, ne? Ähm, ich spiel. Nee, ich hab schon so'n Mana-Filter, da kannst du manche Schläge abwerben. Jawoll. Wartet jetzt mal, ich will auch kurz was machen. Kaktus-Poptionen? Alter. Ja, ich kann diese Linien erstellen. Kevin, auf X siehst du auch... Nee, da musst du zu so was sehen. Ja, ich seh's gerade. So'n Scheiß. Ich kann eine Heilswand herstellen. Dann hast du so'n Schild, womit du Schläge abwerben kannst. Also, wenn jemand Blumen braucht, ich hab noch 50 Schläge. Ja, genau, jemand brauchte... Nee, behalt die ruhig. Ach, der muss ja... Warte, ich mach kurz diese Pineapple. Hier sind Wölfe, äh... Ich glaub, mal die Wölfe zu euch. Was ist eigentlich mit der Musik? Die ist so leise. Wer ist dieser Froststein, der so hässlich ist? Natürlich, ich bin gemütet. Das ist noch... Nein, das ist Ivan. Hihii... Ihr habt mich die ganze Zeit nicht gehört, kann's sein? Ja! Ich war die ganze Zeit immer noch beendet. Doch, nicht den hinteren Töten. Ich muss ihn erstmal anhitten. Tschüss, schüss, ich muss ihn auch anhitten! Nein, nein, du darfst nicht so schnell er werden. Das ist Ivans Bange. Ich dachte, jetzt wartet kurz. Kann man sich mal wieder heilen? Wo bist du? Äh... Ja. Ey, Pic, du musst ein bisschen chillen mit... ...mit, äh, leveln, ne? Ja, mach. Ja, weil du bist so ja nicht verwirrt. Ey! Wo bist du? Da! Ey. Hier, Dylan! Hier kann... Warte! LALT! Drück mal ALT! Hier, Dylan! Hier, Dylan! Drück mal ALT! ALT! Hallo? Hier, falls du... Ich drück noch mal ALT! Läuft. Ey, du wiegst schon was passiert! Moment! Drück noch mal ALT! Was? Hey, ich brauch die doch gar nicht! Okay! Doch, nimm! Vorsichtsfelber! Nimm Vorsichtsfelber! Nimm Vorsichtsfelber! Nimm Vorsichtsfelber! Nimm Vorsichtsfelber! Nimm Vorsicht! Kevin! Kevin! Geht es schon wieder? Da! Dash Namepads und den Namen angeben! Hallo, wenn ihr mich halt, dann gebe ich aber... Ich war gerade leider gemütet. Das sieht man zwar an meinem Display, aber nicht bei euch, oder beziehungsweise bei Kevin. Kevin, wenn du, ähm... Geh, Kevin! Kevin! Wenn du bei X, ähm... Wenn du bei X, ähm... Den heiligsten Schild levelst und auf mindestens 5 hast, dann kannst du dir dieses Schild, Mana-Schild machen. Das sieht so aus wie ich... Hab ich schon, hab ich schon, hab ich schon. Dann kannst du manche Schläge abwehren. Geht aber später weg. Hä? Wie? Du kannst... Was kann man machen? Du kriegst für 30 Sekunden weniger Schaden. Alter, hast du was... Ja, wenn du mit dem Mana... Aber... Das ist so... Bei stärkeren Gegnern... Äh... Hältst du nicht so viel aus und bei schwächeren hältst du sehr viel damit aus. Mach mal so laufen wir jetzt eigentlich hin. Dann wollten wir an den Rand... Ne, wir... Nordosten... Oh, ich hab verstanden. Achso. Weil sonst... Sonst wär ich dafür gewesen, dass wir... Oh, nein. Woh, müssen wir eigentlich nicht. Sonst war ich dafür, dass wir... Hier ist ein Elf! Auf der Map war ich auch schon an vielen Orten. Leute, kommt her! Hier ist ein Elf! Junge, warte, lass uns mal alle sammeln und sag, wohin wir gehen. Ranger! Ich hab Bogen für Ranger gefunden. Hier, wo bist du? Ich... Ich war... Ich war dafür, dass wir vielleicht... Zum Rand der Map gehen und auf die... Auf die nächste... Auf die nächste Biom gehen. Okay. Bin wieder hoch. Ich hab' noch aussehen auf. Lege drückt statt auf See. Ich bin dafür, dass nein, der mal nicht so viel Level. Ja, Abstimmung, weil der Blatt ist ja leid, der nicht zu viel. Weil der Blatt ist ja leid. Wohin geht hier? Das ist nicht schlimm, ich kann grad mal ein Level höher als hier. Das ist nicht schlimm. Machen keine Ahnung, wohin wir gehen. Jetzt gehen wir schon Nord-Auslande. Lass weiter Nord-Auslande. So, lock' alle hier hin, alle hier hin. Lass mal kurz das Start gehen, oder? Der kommt hier hin. Ja, so viel Geld haben wir noch nicht gesammelt, oder? Ey, wozu Geld? Wir können auch... äh, Geld oder... ... halt, äh... ... Sachen, um Sachen zu craften. Ich muss ja erstmal in die Stadt. Ich will Kasachboot craften. Ist die Stadt nochmal? Ja, es wird auch langsam dunkel. Ja, ich bring's ein. Lass mal kurz an der Plattform vorbei. Das ist was für ein Rogue. Du? Hier. Ich will da jetzt hin. Ich hab was aufgemacht. Hier, ich bring' jemand aufgenommen. Hier, ich bring' jemand aufgenommen. Hier, ich bring' jemand aufgenommen. Danke. Hier, für Rogue. Ich hab was für Rogue, hier. Ich seh voll pink aus, Alter. Warte, ich bring' jemand mit. Hier, einmal anhitten. Ich will den Onion Slice. Ich will den Onion Slice. Nicht hier. Hey, sogar so ein Rogue. Oder? Oh, was? Oh, ich brauchst das ja was so aufgemacht. Oh, warte, noch nicht den Insect grad. Noch nicht töten, noch nicht töten. Ich hab ihn noch nicht getroffen. Oh, jetzt hat ihn. Oh, Mann. 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 Ich weiß ja was geil wäre? Nein. Es ist Drachen geben, Bruder. Was ist das? Es gibt ja so einen Drachen. Es gibt ja so einen Drachen. Drachen, die auch haben sie. Ja, aber den kannst du nicht sehen, oder? Boah, die brauchen ja auch zu fliegen, Alter. Äh, ich hab ja gesehen, was aus dem Spiel noch hätte werden sollen. Aber man kann doch so einen Gleiter holen, irgendwie. Ja, das kann man. Ja, das kann man. Das müssen wir später mal machen. Wolltet ihr nicht zur Stadt? Ja, wir retten ja noch. Ja, jetzt schau mal, wo er hinläuft. Ja, wir retten noch eine Richtung. Ja, okay, kommen das alle in die Stadt jetzt erst mal. Gut für Luthi. Oh, Snoutpeedl, Snoutpeedl. Oh, Snoutpeedl. Oh, Snoutpeedl. Immer noch weiter hier, du. Ich bin weg. Und so gehen unsere Krieger weiter hoch. Ja. Ich kämpfe gegen Snoutpeedl und Start. Ich kämpfe gegen weiter. Ich kämpfe gegen Biter. Biter, 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 Biter. Ich kämpfe gegen Biter. Leute, wir sehen uns. Im Tod. Und dann in der nächsten Folge wieder. Gevin renn! Ah! Ah! Wirklich! Mich verfolgt ein Snoutpeedl hier. Ja. Ja. Auf einmal werden die Snoutpeedls... Zuerst sind sie übelst schwach, dann wird... paar Schüsse sind nachher übelst stark gerade. Ah lala... Das O... Wollen wir einen Oga... Wollen wir einen Oga versuchen? Wollen wir einen Oga versuchen? Das ist ein Oga. Hey, jetzt! Hier! Ich ziehe einen! Doch! Digga werden immer ganz hinten geschossen. Nein! Du gestorben auf der Leute! Geht was runter? Alter! Ja! Es ist ein Oga! Es ist ein Oga! Ja! Es ist ein Oga! Und jetzt ist ein Oga! Es ist klar! Hier ist der Maze! Plus 61! Kevin du oder ich? Schere Steinpapier? Hehehehe Ich bin und ohne, gell Okay Dann gib ihm einfach nächste Sache Lass uns alle zur Stadt bitte Ich bin aufweg zur Stadt Ja, ich bin gerade noch mehr aufgebildet Oh, der Oga ist rot Alter, da ist man da auch Oha Wie lange geht ihr? So, jetzt können wir die Folge beenden Level up Ja Bis zur nächsten Folge Leute Und denkt immer dran Das Leben ist keine Auf dem Schokolade Anyhow Jo, tschaui Ciao, ciao